Musik Hallöchen und willkommen zurück zu Metroid Fusion Wir haben beim letzten Mal Nightmare besiegt Oh ja, und wir haben den, ich weiß nicht mehr wie es hieß Variety Suit bekommen, ich glaube irgendwie so hieß das Auf jeden Fall haben wir es halt bekommen Und wir können jetzt schnell im Wasser laufen Das ist total gut und ich bin voll aus dem Spiel raus Merke ich gerade, ah super, das läuft wieder extrem toll Das nehme ich mal, uah Okay, gut Ähm, ich glaube ich muss eine Etage weiter unten Da irgendwo Ah, gut, dass du mich noch getroffen hast Ähm, mit Tempo durchs Wasser rennen Ich glaube das war hier unten rechts irgendwo Wo war denn das so genau, wow Nein Müller Sack Ah, das nehme ich gleich, wunderbar Perfekt, besser kann es gar nicht laufen Ja, dann mach den Typen wieder zu einem Dingsmonster War das hier? Ja Okay, das werden wir schaffen Machen die nur alle kaputt Nein Okay, denn Das ist okay Den kann er gerne dazu machen Oh So So, 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 jetzt haben wir alle hier kaputt gemacht Und jetzt müsste das ja eigentlich Funktionieren, oder? Ja, das, das sieht ganz gut aus Ich schieße mich mal weiter noch durch Okay Damit hat sich das glaube ich erledigt Und da ist nichts mehr Ah, dumm So Soo, die machen wir kaputt Die machen wir kaputt Das sind Krabben Ach, das sind die blöden, nervigen Krabben, die sich so schnell wiederbeleben. Das ist natürlich blöd. Und da rechts unten ist irgendein Tank. Au. Was soll das denn? So, dann machen wir den noch kaputt, bevor irgendwie was Blödes passiert. Und da ist der Tank. Und da ist die Skur-Attack, die ich noch nicht besitze. Klasse. Finde ich schon mal gut. Warte. So, kommt man hier durch? Oh, da hätte ich noch springen. Oh, Wahnsinn. Okay, das ist nicht leicht. Ich mach das mal... Oh, da komm ich gar nicht durch. Schön. Sieht man auch auf der Karte, hab ich natürlich wieder nicht geguckt. Äh, ich glaub, das müsste reichen. Na? Ja, sehr gut. So, dann machen wir... Ah, perfekt. Gut, super. Und was gibt's hier? Ein Speicherblock. Hm, das ist schon mal gut. Uah, wow. Das Wasser ist natürlich insofern mistig, dass das X jederzeit zu so einem Fisch werden kann. Weil ja überall auch Wasser ist. Geht's hier unten nochmal lang? Nö. Komisch. Sah so verdächtig aus. Die Musik allerdings ist echt... Oh, schön. Gut, ja. Also, ich find, das ist... Ja. Verstärkt einfach mal jeden Gegner. Mach mal hier deinen Links fertig. Ach so. Ja, das macht dich einfach kaputt. Was ist denn hier? Oder links war eigentlich... Wow. Ich möchte das mal hier links nachgucken. Wär total edel, wenn ich hier nämlich irgendwo durch könnte. Hier vielleicht bevorzugt. Oder auch nicht. Ähm. Ja? Was ist das denn? Wahrscheinlich ist es nicht mal irgendwas, aber... Klack, klack. Meins. Oh, oh. Ach, ich kann jetzt unter Wasser... Oh, ist das schön. Ich kann jetzt unter Wasser endlich wirbeln. Da links geht's zum Nichts und da oben wär eine Sackgasse gewesen. Toll. Hör, wo machen die denn hin? Ja, na, von mir aus können sie sich außerhalb auch gern wieder zusammensetzen. Oh, und da geht's nicht durch. Ah, okay. So, dann hätten wir einen falschen Gang schon mal hinter uns gemacht. Wahrscheinlich muss ich nicht mal hier runter. Ich hätte zum Navigation Room gehen sollen. Wow. So, meins. Klack, äh, klack. Aha. Eins, zwei, drei. Weiß. Wow, ist das gruselig hier unten irgendwie. Ähm. Ähm. Was zum Kuckuck bist du? Auf jeden Fall kaputt. Aber, wow, was ist das? Nein. Oh, das gibt's jetzt nicht. Oh, endlich. Dieser blöde, verkackte Sprung. Der ist so unglaublich furchtbar schlecht zu kontrollieren. Da geht's, glaube ich, nirgendwo hin. Oh, shit. Und da ist schon wieder ein rotes Tor. Oh. So, ist hier noch was? Nein. Und hier? Auch nicht. Gut, dann war das gerade wieder ein Griff ins Klo. Na toll. Ah. Verschachtelte Wege. Nein, nein. Und Treppen werden die mich wahrscheinlich auch immer. Hey, kleiner Sack. Blöder. Ja. Wir verschießen einfach mal ein paar Messias, weil wir was können. Wir haben ja auch zum Glück gar nicht wenige davon. Äh. Äh. Danke. So. Eins. Den ignorieren wir. Ein. Ich wollte doch noch ganz cool runterspringen vorher. Hat ja gut geklappt. Wow, da kam ein X angeschossen. Ähm. Ah, so krieg ich die gut kaputt. Sehr gut. So komm ich durch. So fliege ich rein. Äh. Ah. Gut. Okay. Aber relativ einfach kann man sie eigentlich beseitigen. So. Das ist meins. Oh nein, rot. Das ist ja eigentlich ein schlechtes Zeichen. Oh. Das ist wiederum ein Gutes. Ähm. Klack. Und Missiltank. Yeah. Noch ein paar Missiles. Für mich. Ähm. Ich glaube ich brauche sonst nichts hier. Vielleicht. Na ja, Lebensenergie brauche ich eh nicht. Bin voll. Okay. Na ja, wenigstens haben wir noch einen Tank bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Oh, nee. Hey. Blöder kleiner Sack. Das ist mein X. Und jetzt gehe ich erstmal zurück zum... Oh Mist. Äh. Wie, wie komme ich jetzt eigentlich zurück? Weil da komme ich ja nicht mehr durch. Oh. Das ist schon mal richtig schlecht. Oh. Gibt es denn hier noch einen Weg? Da komme ich nicht lang. Aber da links war es auch rot. Da bin ich mir sicher. Vielleicht werden die Türen nur... Ne. Die Türen werden von beiden Seiten angezeigt. Warum ist die Tür unten nicht da? Das verwirrt mich. Aber auf jeden Fall kann ich hier nicht durchrennen. Hätte ich jetzt angenommen. Vielleicht habe ich was verpasst. Ich schaue mich nochmal unten um. Da lang, da lang, da lang, da lang rein. Vielleicht muss ich ja einfach nur schnell rennen. Ne. Nie im Leben muss ich da schnell rennen. Kann ich das aufbomben? Ha. Das ist jetzt verwirrend. Mache ich das denn? Ah. Räumens, räumens. Meins. Nein. Ja toll. Jetzt setzen sie sich da hinten wieder neu zusammen. Hm. Vielleicht muss ich durchrennen. Aber das wäre... Nicht bei denen. Ah. Die sind so unglaublich nervig. Warte mal. Da war ich doch gerade. Das hilft mir doch gar nicht. Wie komme ich denn da jetzt weiter? War das gut, dass ich hier reingesprungen bin? Ich habe das Gefühl, das war keine gute Idee. Hm. Ey. Ich habe dich doch getroffen. Ja. Ach. Du bist doch doof. So. Meins. Meins. Und ich habe gerade gemerkt, dass ich schon wieder auf Eis abgewogen bin. Boah. Ich bin so gut. Hm. Ich muss ja hier hoch. Doof. Sinnlos. Zeitverdattelt. Ja. Hier. Kaputt. Danke sehr. Heps. Das waren wir auch noch kaputt. So. Und jetzt frage ich mich allerdings... Hey. Cool. Danke. Jetzt frage ich mich allerdings... Wie komme ich jetzt zurück? Also das habe ich mich ja vorhin schon gefragt. Aber... Ich könnte höchstens mal gucken, ob ich hier unten noch was wegspringen kann. Ich habe das Gefühl, dem wird nichts so sein. Außer... Ach shit. Jetzt frage ich mich. Gucke ich wieder nach. Hier vielleicht? Auch nicht. Und? Ne. Hier war definitiv nichts. Gar nichts dergleichen. So. Jetzt gucke ich nochmal, ob hier was ist. Ne. Es sieht eigentlich auch schon mal ganz schlecht aus. Scheiben. Oh snap. Wie komme ich denn jetzt raus? Ne. Hier. Ich schaue mich nur mal um. Nein. Da war auch nichts. Ich werde jetzt überall Supermissiles benutzen. Warte mal, brauche ich hier eigentlich was? Vielleicht gibt es ja hier nochmal den grünen Weg. Immerhin war er ja relativ gut beschützt. Ah, habe ich gut gemacht. Oh. Ich werde mal das kurz machen. Das haben alle überlebt. Was ist das denn für eine Bombe? Gut. So, jetzt stelle ich mich mal hier hinten. Und gucke, ob hier noch irgendwo eine Tür ist. Ich habe nichts gesehen. Nichts dergleichen. Eins. Zwei. Eins. Zwei. Klick. Aha. Na. Werdet ihr wohl. Zwei. Eins. Zwei. Okay. So. Hier ist also auch gar nichts gewesen. Das finde ich so uncool. Wow. Wow. Okay. Ah, hier ist auch nichts. Was zum? Was hat sich denn da... Ach so, eine Krabbe hat sich da zusammengesetzt. Okay. Das sah gerade total alien aus. Ah, ha, ha. Lustig. Ähm. Ah, hier ist überall nichts. Ah. Oder muss ich hier irgendwo raus? Kann ich das überhaupt? Die Fische können's. Ich würde das auch können. Äh. Hm. Ah. Okay. Samriss. Wo könnte denn noch was sein? Irgendwo muss ja noch was sein. Ich könnte jetzt nochmal zurückspringen, aber... Oh, vielleicht sterbe ich auch schon an dem blöden Fisch. Ah. Leute, also falls ich das in diesem Part nicht schaffen sollte, wäre das total edel, wenn ihr mir sagen könnt, wo ich jetzt überhaupt hin muss. Ich meine, es ist zwar schön, dass ich so den tanke und so, aber... Irgendwo fehlt mir jetzt noch der Anhang zum Ausgang. Ah. Oder der zur leichteren Steuer... Oh. Weil sie auch beim ersten Treffer gleich nach irgendwo total am Ausrasten ist. Hä? Warst du gerade rot? Du warst doch gerade rot, ich hab's doch genau gesehen. Hier ist auch nichts. Äh. Ich kann da nicht durch, ne? Nö. Vielleicht muss ich einfach laufen? Achso, ich meine, so rollen. Da gab's ja auch schon mal ein paar Stellen. Auch nicht. Okay, das ist total verrückt. Ähm. Ich werde mal sagen, ich rufe euch dann dazu. Ähm. Sollte ich das jetzt noch schaffen? Wenn ich das nicht schaffen sollte, schreibe ich... Also mache ich nochmal hier einen Cut und sage, hier, ich weiß nicht weiter. Ähm. Bis gleich, Leute. Oh. Ich hab's gefunden. Wer? Versteckt da? Einen Gang. Ernsthaft? Das ist total unnötig. Aber scheinbar bringt mich das auch nicht weiter. Oh, na geil. Ah. Da komm ich auch nicht durch. Das ist ja dumm. Toll, jetzt häng ich wieder hier. Oh. Vielleicht muss ich noch... Ich hab nichts mehr zum Sammeln. Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, Leute. Ich hab nämlich immer noch nicht den Ausgang gefunden. Ich hätte ja gedacht, da war einer. Aber nein. Okay. Bis gleich, Leute. Na, okay. Es könnte sein, ich habe wieder eine Lösung gefunden. Ich weiß es nicht. Vielleicht komme ich auch wieder zu was ganz anderem. Aber. Ah, sehr gut. Ähm. Hier konnte man die Decke aufspringen. Toll, oder? Konnte man sonst nicht. Und da kommt man nochmal mit den Missiles durch. Und da geht's tatsächlich weiter. Oh, nee. Wer versteckt denn... Aber das sieht auch nicht aus, als wäre das richtig. Vielleicht geht's ja trotzdem weiter. Mal gucken. Klack. Danke. Ich vermute jetzt überall hier irgendwelche... Oh, nein. Na, komm schon. Oh, na, komm schon. Danke sehr. So. Lass mal durch. Da schieße ich mich durch. Ey. Ich hab gesagt, da schieße ich mich durch. Und da geht's vielleicht runter? Danke. Na, wenigstens. Okay. Nehmen wir so einen Gang. Immer so ein Ding und so ein Ding. Fein. Ah, jetzt bin ich auf der Rückseite von der Tür. Okay. Oh Gott, was war das denn? Und warum? Moment. Hä? Das hatte keinen Sinn, oder? Oh, nee. Hoffentlich kommt jetzt nicht noch irgendwas... Ist gar nichts weiter. Hä? Ach, nee. Das ist jetzt nicht wahr. Warum war das da? Ähm. Ähm. What? Moment. Also, ich hab grad eine super... Moment. Ah, noch ein Gang. Boah, was ist denn das für ein Mist? Was ist denn das für ein Mist? Was ist hier? Ah, da geht's sogar durch. Und... Klack. Und nochmal eine Bombe, okay. Was ist das? Hä? Seid ihr nett? Aber nicht zu mir, oder? Hä? Leute, äh, was ist das denn jetzt schon wieder? Der Teil wirft nur Fragen auf. Okay, kann man das hier aufmachen? Ja. Ist das hier auch? Nein. Geht das hier noch auf? Ah, sieh mal an. Ach, das ist gar kein Rohr zum Durchfallen. Ich dachte hier schon... Das ist nicht wahr. So, wir machen erstmal alle weg. Vielleicht finden wir ja noch was. Äh. Möglicherweise auch nicht. Hier irgendwas? Nee. Das gibt es nicht. Warum ist denn hier jetzt schon wieder nichts? Das Spiel verarscht mich doch. Wie mies das ist. Und hier kann eigentlich überall schon gar nichts mehr sein, weil wir ja die Powerbombe gezündet haben. Also, die... Keine Ahnung, wie man das genannt hat. Ähm. Ähm, ähm. Ähm. Okay. Ähm. Ich werde das mal schneiden und gehe nochmal zurück zu dem Ort mit dem anderen Rohr und versuche mal dort auch die Decke aufzuspringen. Bis gleich. Okay, Leute. Ähm. Ich habe ein Problem. Ich kann hier oben keine, ähm, Minen mehr hinsetzen. Das heißt, ich komme hier nicht mehr zurück. Aber, ich habe vorn rausgefunden, da unten sind zwei Löcher und ich werde jetzt mal das linke nehmen. Oh, klasse. Äh. Ah, da geht es runter. Wehe, das ist jetzt falsch gewesen. Ah. Das gibt es nicht. Dieses Spiel verarscht mich die ganze Zeit. Und jetzt habe ich das nicht mal hingekriegt, noch die Bombe richtig zu platzieren. Gut. So, machen wir die Bombe nochmal hier. Danke sehr. Ja. So, jetzt gibt es entweder hier die Möglichkeit oder hier. Und es sind beide. Wetten? Ah. Okay, aber da war nichts. Ah, ich habe es noch geschafft. Yeah. Okay, so. Was ist hier? Da ist jetzt nicht wirklich überall wieder nichts. Ah, da geht es rein. Okay. Wie machen wir das nochmal so? Dann geht es hier bestimmt runter. Ja. Ist hier was? Nein. Verrückt. So, hier ist bestimmt was. Au. Au, 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 au. Bösser Fisch. Okay. Wie ging das da wieder zu? Moment, ich will nochmal gucken, ob es hier noch irgendwo hinging. Da runter zum Beispiel. Nein. Okay. Verrückt. Da gibt es ja nur noch hier den einen Weg. Und da ist wahrscheinlich jetzt nichts. Doch. Oh. Dass ich das mal hinbekommen habe. Ich habe die roten Dinger aufgemacht. Um Gottes Willen. Level 4. Oh. Red Hedge ist now active. Oh, bitte lass mich jetzt irgendwo schnell einen Save Point finden. Der Part war so verwirrend für mich und so. Ah, jetzt bin ich hier unten. Okay. Ah, ich kann ja jetzt hier hinten aufmachen. Wie? Hey, hey, hey. Endlich. Oh, nee. Okay, dann hätte ich ja theoretisch wieder den Zugang zu meinem normalen Save Spot. Das ist natürlich die Frage. Jetzt, wo ich es kann, will ich es natürlich nicht. Jetzt will ich hier rechts nachgucken. Hm. Immer unzufrieden. Ach, scheiße. Ich vergesse jedes Mal, dass hier der blöde Fischtyp abhängt. Und da hinten kommt gleich der nächste. So, das werde ich jetzt allerdings so toll machen. Na, was hat mich trotzdem nochmal drückt. Das habe ich gut gemacht, ne? So, und jetzt kann ich da oben ja theoretisch nach rechts raus. Oh, und da war noch so ein Dings. Und dann haben wir das aber gekonnt umgangen hier alles. So. Eigentlich haben wir gar nichts umgangen. Aber ist egal. Ich bilde es mir einfach ein. So, ist hier noch was? Ich dachte, jetzt fast der Sachse komme ich da links rausgeschossen, weil die Tür aufging. Ähm. Ja. Auf und auf. Ran. Danke. Ach shit, jetzt geht es hier auch noch durch. Okay, was gibt es hier? Oh, da geht es zum Speicherraum. Das ist gut, da werde ich gleich nachschauen. Ich möchte aber hier nochmal kurz alles abgrasen. Ah, jetzt bin ich auf der Seite. Ach, und hier geht es gar nicht erst auf. Alles klar. Gut. Gut. Da oben sind noch ein paar Teile. Äh. So, meins. Jetzt frage ich mich, kann ich das da kaputt machen? Nee. Okay. Die Dinger mögen mich. Au. Ich bin so nah rangegangen. Die Dinger mögen mich nicht. Oh, ich kann sie aber einfrieren. Nein. Gut. So, ich kann also ringsrum laufen. Ich kann mich treffen lassen. Und ich kann hier oben noch einen Tank abholen. So dachte ich. Aber das war natürlich jetzt doof. Geht das kaputt? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Hm. Okay, Moment. Ich gehe einfach jetzt zurück zum Speicherbuch. Und freue mich, dass ich jetzt wieder einiges geschafft habe. Eins. Zwei. Und jetzt komme ich wahrscheinlich nie wieder zurück. Weil das blöde Vieh hier steht. Und es mir einfach sagt. Idiot. Okay, geht das damit kaputt? Das ist jetzt nicht wahr. Oh. Da. Okay. Ich komme doch nochmal zurück. Ich dachte jetzt schon, fast ich hätte es verbockt. Muss ich da von hier durchrennen? Scheint fast so. Ah, das ist die andere Seite davon. Cool. So. Und schnell genug noch? Bitte. Warum auch? Warum sollte es einfach beim ersten Mal funktionieren? Okay. So. Einmal. Ach so. Das hat gereicht. Schön. So. Jetzt machen wir das nochmal mit ein bisschen mehr Anlauf. Bitte lass es reichen. Oh, danke. Danke. Okay, wie kriege ich das jetzt auf? Gar nicht. Shit. Nein, ich habe den Speicherpunkt umgegangen. Ich will das nicht. Hör auf damit. Oh. Blöd. Oh, das habe ich gar nicht mal gesehen, dass da noch einer war. Dann machen wir das einfach mal so. Und guck mal, was hier ist. Nein. Nein. Oh, shit. Okay, ich gehe nochmal raus, nochmal rein. In der Hoffnung, die sind dann alle nicht mehr da. Ich springe dann ganz schnell hoch. Ja, das klappt schon wieder super. Okay. Oh, blöd. Okay. Nein. Hä? Ja. Nein. Nein. Ja. Ja. Das klappt gerade super. Die sind schlimmer als Nightmare. Die Dinger sind ein Halbtraum. Alter. Sind die dumm. So, wie komme ich da jetzt wieder raus? Vor allem frage ich mich gerade... Moment. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich kann ja auch einfach die Dinger einfrieren. Und als Podest benutzen. Dann brauche ich den da sogar. Ich glaube es ja nicht. Halt. Was ist denn hier noch? Bevor ich da jetzt einfach rausdüse. Hä? Wie ist das denn? Wie ist das denn jetzt gedacht? Okay, kein Plan, wie das funktionieren soll. Wir machen das einfach später mal. So, darauf habe ich keine Lust. Dann mache ich jetzt einfach das. Okay, Leute. Die Aufnahme ist schon wieder abgekackt. Das regt mich zur Zeit auf. Ähm. Ich werde jetzt einfach schnell zurückgehen. So schnell es geht. Zum, ähm. Save Point. Ich werde hier nicht wieder dran vorbeilaufen. Und ich will mal wissen, was es hier gibt. Sollte es was geben. Und? Oh, Diffusion Added to Missiles. Charge with A. Fire with B. Was habe ich jetzt überhaupt bekommen? Wow, das sieht echt gut aus. Aber macht das die Dinger jetzt kaputt? Nein. Hä? Äh. Halt, warte mal. Ich habe ja... Oh. Okay, in der Hoffnung, dass das jetzt doch was Besseres ist. Wow. Oh Gott. Jetzt komme ich durch. Okay. Okay, okay. Ich werde jetzt nochmal zurückgehen zum Speicherpunkt, den ich da unten irgendwo vergessen habe. Saugen wir nochmal alles, was es hier gibt. Wow. Das ist ein übelst krasser Effekt, den wir gerade bekommen haben. Und ich bin ganz ohne Navigation Room hingekommen. Yeah. Total cool. Scheiße. Wir kommen nicht mehr hier zurück. Habe ich recht? Oder doch? Vielleicht so? Ich muss eher gedrückt halten. Ah, ich muss auch an die Steuerung erstmal. Ja. Aber wozu war das hier da? Nein. 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 Oh Gott. Ich will doch nur speichern. Was zum? Oh, ich bin zwischen den Sektoren gewechselt. Ja. Und wieder hat sich die Aufnahme verabschiedet. Aber ich habe eh nicht viel rausbekommen, außer dass ich hier nicht durch kann. Und darum gehe ich jetzt einfach ganz, 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 ganz schnell wieder zurück. Runter zu dem Speicherpunkt. Und hoffe mal, dass diesmal die Aufnahme irgendwie halten wird. Aber das ist zur Zeit schon sehr, sehr nervig. Muss ich mal so sagen. So, hier gehen wir einfach runter. Und jetzt kommen wir ja rein theoretisch relativ schnell und einfach wieder zurück. So. Ja. Ja, da unten will ich hin. Da komme ich hoffentlich noch raus. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht das nächste Hintern, was uns verhindert, dass wir da rauskommen. Oh, nein. Why? Why? I don't get it. I really don't get it. Why? Andauernd macht uns das spinnende Strich durch die Rechnung. Kann ich mich hier vielleicht durch die Decke bomben? Ja, warum auch? So, dumm. Hier dran rennen wir einfach platt. So. Und wahrscheinlich, so wie ich das kenne, krachen die uns gleich wieder ins Gesicht. Samus. Ins Gesicht. So. Oh, das... Nein, 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 nein. Oh. Gut. Ich mache das wieder langsam. So wie es wahrscheinlich vom Spiel vorhergesehen ist. Und eis die alle eins nach dem anderen ein. Warum auch einfach, wenn es kompliziert geht. So. Na, den auch. Drauf. Okay. So. Und rein. Schön. Jetzt frage ich mich allerdings. Ne. Egal. Wir laufen hier einfach weiter. Laufen wir einfach weiter. Hier machen wir wieder die Powerbomb. Ziehen alle Lebensenergie-Container. X Organismen zu uns. Einen uns noch ein Stück. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach nur noch nach links. Schießen diesen coolen Diffusstrahl da drauf. Und sind dann gleich beim Speicherpunkt. Bäm. Sehr schön. So. Dadurch. Festhalten. Danke. Rüber. Auf. Rein. Und jetzt müssten wir nach oben. Hups. Hups. Da rein. Okay. Fein. Jetzt gehe ich mich erstmal aufladen. Puh. Das tut gut. Fein. Fully restored. So muss das sein. So. Und dann speichere ich das jetzt ab. Unglaublich. So. Dann hoffe ich mal. Beim nächsten Mal bleibt die Aufnahme stabiler. Und bis dahin. Euer Elik. Bye. 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 Bye.